In einer weit entfernten Galaxis, wo das galaktische Imperium und die Neue Republik in Starfightern um den Weltraum kämpfen, gibt es einen Piloten, einen kompetenten Piloten, einen Doppelagenten, dessen Flugskills und dessen Entscheidungen den Sieg für eine Seite avontragen werden. Was? Und wer ist jetzt in meinem Team? Vanguard Staffel am Temperance, hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Lachdreckenkommunikation. Ihr seid jetzt schon in Rüssel, das Holz wird komplett aus. Mann, was für technische Probleme hier! Gehen uns stundlang auf die Nerven, jetzt kommen wir zu sehr zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, bitte? Vielleicht gucken wir es danach, bevor die Rede zu Ende ist. Oh, Angeber, hä? Ah, da bist du ja. Ado hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Sorrel der Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du willst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Nein, wie kommst du darauf? Ich hab hier deinen neuen Piloten. Willkommen in der Vanguard Staffel. Ich bin Kyra Kuba, aber du kannst mich Gunny nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Grüß dich. Wir reden nach der Besprechung, okay? Was für Besprechung, Alter? Lass es doch einfach in den Scheiß-Exo gehen. ...besten Stoffen der neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Und wenn das so ist, dann wollen wir ihn mal nicht warten lassen, ne? 6, 1,5 Stunden später. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ah, du? Unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Forster Haven den Allerwertesten gerettet hat. Genau der. Also. Mein Team besteht aus... Echsendrache. Irgendwas... Alien-Bepickeltes. Okay. Blinder Marsianer. Und... einer Schwarzen. Na, bei solchen hässlichen Gestalten kann ich mir schon vorstellen, warum die mich im Team haben wollten. Eine Mission? Jetzt schon? Haha, gut. Warten liegt mir nicht. Ich hab hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige. Der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilder. Werf, das ist die neue Küche. Also gib mir endlich Öl. So, ha. So, Stick ist gezogen. Priebwerke werden gezündet. Schreibe, versenkt. Energieverwaltungssysteme, check. Also gut, ich installiere gerade deinen Astromectroiden. Pass gut auf ihn auf. Jo, was geht? Ruhe, du Blechdose. Wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Lass dir in Ruhe. Er hat auch Gefühle. Radar? Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten? Sehen gut aus. Kampfdisplay? Check. Jetzt noch Radiocheck? Oh, oh. Ausmachen, das geht ja gar nicht. Unser Sprungpunkt ist da vorne. Na dann, auf zum Hyperraum. Kommt, Jungs. Oder Aliens. Schubtrickwerke aktiviert. Dreht den Hyperraum ein. In drei, zwei, eins. Eine Stunde später. Davon kriegst du nicht genug, oder Chris? Zwei Stunden später. Gibsch mir Dogi, gibsch mir Dogi, gibsch mir Dogi. Drei Stunden später. Denkst du jetzt? Austritt aus dem Hyperraum. Aktiviert. Temperance, wir haben sie vielleicht gefunden. Wann los? Fliegen wir hin? Energieumleitung ist schon direkt aufs Triebwerk umgeleitet. Wir sollten das Signal untersuchen und uns dort sammeln. Unsere Scouts haben es nicht geschafft. Das Imperium hat sie wohl zuerst gefunden. Wenn das so ist, wo ist das Imperium? Vanguard 5, scanne die Trümmer. Bin ich jetzt die Müllentsorgung hier, oder was? So. Tubeabschaltung drin. Scanne jetzt Müllhaufen. Wird aufgescannt, Grace. Mit etwas Glück hat irgendwas den Angriff überstanden. Sei auf alles gefasst. Alles klar, Alter. Oh, scheiße. Okay. 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 Energieumleitung auf die Schilde. Äh, auf die Laserkanonen. Wuhu. Komm her. Baby. Ah. Lass dich nur du. Okay. Einer weg. Nimm das Zeitreiter. Wuhu. Boah, das war knapp. Wo haben die denn fliegen gelernt? Energie auf die Schilde und auf den Bug. Haha. Was haben wir denn da? Ihr Kurs wird sie zu... den Koordinaten von Gani und Kyo. Wenn wir schnell sind, schneiden wir dem Imperium den Weg ab, bevor sie unsere Freunde finden. Gehen wir es ab. Würde ich auch sagen. Du fliegst voraus, ein ganzes. Alles klar. 2000 Lichtjahre später. Brisk, bombadiere die Störfschiffe. Sicher doch, Grace. Ich klopfe sie weich und ihr beide streckt sie nieder. Proton-Torpedo abgeschossen. Leit Energie auf die Angriffssysteme um. Schließlich der TIE-Fighter. Energie auf die Angriffssysteme umleiten. Proton-Torpedo abfeuern. Und er ist weg. TIE-Jäger zerstört. Leit Energie auf die Schilde um. R6, eine kleine Reparatur. Boah, Alter. Das ist mir nicht gut. Verstärke den Bug. Proton-Torpedo abfeuern. Mach schön weiter. Fisk. Leit Energie auf die Angriffssysteme um. Feuer. Woh-Hu. Woh-Hu. Feier. Woh-Hu. Mein Systeme. Woh. Mein Systeme ist stabilisiert. Leite die Systeme auf Angriff um. Anlegen. Zielen. Feuer. Scheiße. Irgendwie habe ich Nackenschmerzen, ey. Nach dem Stoß. Angriff. Angriff. Los geht's. Abgefeuert. Woh-Hu. Wir müssen Ihnen schnell helfen. Alles klar. Legen wir los. Leite Energie auf Triebwerke um. Pusten wir. Auf die Triebwerke umstellen. Okay. Einen haben wir weg. Woh. Nein, nicht ganz. Suche ein neues Ziel. Ah. Alla. Woh. Einer weniger. Dann machen wir die aufgärtig. Alles klar, Chef. Wird erledigt. Ostern und Weihnachten zusammen für euch, Arschlöcher. Der Ursati ist jetzt nächstes aus dir gesprungen. Hab sicher die Hosen voll. Komm her. Danke. Folge mir. An deiner Seite. Alles klar. Leite Energie auf die Triebwerke um. Geschwindigkeit Maximum an Prozent. Jawohl. Vangard, ein imperialer Kreuzer, beschützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kinderspiel. Nicht, solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten gegen uns nachvollziehen. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Cashmere zum Verstärkung finden. Deshalb hast du das sagen, gar nichts. Vangard 5, auf die Störer konzentrieren. Wird gemacht, Garni. Beide, hä? Das sieht aber nicht gut aus. Wuhu. Erste Treffer sind drin. TIE Fighter erledigt. Reparatur eingeleitet. Tschüss, TIE Fighter. Wuhu. Boah, das war mal knapp. Photon-Torpedo abgefeuert. Wo ist das andere Störschiff? Da. Setze vorne. Nein, ausgeglichen lieber. Geh runter auf halbe Geschwindigkeit. Verstärke den Bug. R6. Feuer. Okay, wir haben das Störschiff. Wuhu. Mengard, Verstärkung ist eingetroffen. Jetzt wird das Imperium leiden. Das würde ich auch sagen. Wuhu. Junge, so macht man das. Hier spricht die Mengard-Staffel. Mission erfolgreich. Wir werden die gute Arbeit in der Kantine feiern. Ja, Party. Irgendwann später. Ach ja, Junge. Frisch geschäft jetzt von der neuen Mengard-Staffel 5 Starpilot. Ich esse jetzt meinen Milchreis. Super lecker. Und wenn du keine weiteren Gaming-Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen willst, dann lass gerne das Abo da. Das heißt, du weißt, wo der Finger jetzt hinfliegen muss. Ich sag dann jetzt noch Tschüss. Bis dann. Und habt noch viel Spaß beim Zocken.